Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in Minecraft. Ich wollte gerade sagen Teams. Nein, diesmal nicht. Ne, diesmal nicht. Zu Minecraft Bad Wars. Mit dabei ist natürlich der gute Album Lohn, Yoshi. Zwar noch nicht da, aber innerlich, seelisch und nur nicht körperlich. Fürs Erste. Der kommt gleich, der hat noch was an seinem Skin geändert. Ja genau, Hypixel Bad Wars, mal wieder ein anderes Video. In den letzten Tagen kam mir Minecraft Teams und wir haben leider gerade technische Probleme mit dem Server. Nein, haben wir nicht. Ich habe ihn. Nicht mehr. Aber ich dachte mir, glaube ich, wir können ja trotzdem mal eine gute gediegene Runde Minecraft Bad Wars aufnehmen. Deswegen nehmen wir jetzt eine gute gediegene Runde Minecraft Bad Wars auf. Ähm, genau. Dann steht ein Jubiläum an. Schön. Heute, deswegen wollte ich auch Minecraft Bad Wars machen und nicht Minecraft Teams, weil Minecraft Teams ist da so ein bisschen, ähm, passt da irgendwie nicht so zu. Hast du jetzt kein Minecraft Teams? Kannst du mich schon einladen oder bin ich eingeladen? Achso. Äh, du bist noch eingeladen. Äh, hier. Ja. Nein, ich finde einfach, Bad Wars passt da besser zu. Denn wir haben die 50 Videos geknackt. Okay. Ich glaube, ich bin auch der einzige. Alter ist er ja. Ich bin, glaube ich, auch der einzige Mensch, der ein Special über die Anzahl der Videos macht. Aber das ist irrelevant. Auf alle Fälle haben wir 50 Videos und ich finde, das ist eine sehr hohe Zahl. Ähm. Okay. Lange kein Bad Wars mehr gespielt? Ja. 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 Wisi, denk dran, wir müssen gewinnen. Stimmt, wir müssen gewinnen, weil der irgendwie so einen Tanz gekauft hat. Für hunderttausend Coins. Ah, hunderttausend Coins. Alles klar. Natürlich. Ich hoffe, ich habe nicht komplett Minecraft Bad Wars wieder verloren. Ich schon. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Ähm. Fast Blitzchen. Äh. Pink. Ja, ich sehe es hinter dir. Ach, es fängt schon wieder gut an. Nein. Ich hatte 24 Wolle. Finde. Gute Wolle. Gute Wolle. Hätte mal noch essen können. Ehhh. Hä, die Baum! Scheiß! erste runde wirklich sehr gut wir haben es definitiv erlernen aber man muss schon sagen so 50 videos ist schon relativ große zahlen neue runde also ich finde das sehr sehr viel übrigens themen vorbereitet eigentlich die schon drei videos davor sagen wollte er kam wieder gar nicht mal gut aus scheiße den habe ich nicht kommen sehen ich habe ein paar themen vorbereitet was im bett und einen habe ich auch noch wir müssen jetzt nur noch den einkillen leg aber okay merke ich mir merke ich mir warum merkst du dir diesen weg ja was ist ja ich habe ihn okay das merke ich mir weg das merke ich mir ja das wollte ich eigentlich damit assoziieren also sie ihren gibt es das überhaupt assoziieren ist das ist das ist das deutsch ihr habt das mal so gehört und dachte mir so assoziieren das heißt schreiben oder so habe ich mal gehört in irgendeinem video deswegen habe ich mir das mache ich jetzt auch mal ins video rein habe ich einfach nur gehört mal was das heißt weiß ich nicht nein ich war ich habe das irgendwo mal gehört aber ich weiß ich weiß aber nicht genau was das heißt aber das klingt für mich so als als würde das ja ich kann mal spoilern es wird bald ein neues projekt geben das habe ich auch schon mal in die kommentare war bei jemandem geschrieben es wird bald ein neues projekt geben nämlich ein modded projekt ist das beteil eingebauten oder perfekt aber ja ein gemordetes projekt also ein projekt mit mods aus der hilfe das weiß ich habe da nicht allem also wir haben derzeit glaube ich vier mods also übertreibt mal nicht ich muss halt ich habe halt das projekt schon durch geplant also was heißt durch geplant ich habe schon so die welt erstellt den server erstellt etc aber ich habe noch nicht die mods geplant deswegen muss ich dann nochmal gucken hier ist geschenk geschenk ist immer gut unter anderem habe ich wieder zurück zu den video themen ich habe 20 es muss jetzt hinziehen bis auf keine ahnung eine halbe stunde ich habe ein paar video themen vorbereitet nämlich einmal hast du schon vergessen ja gut dann vergessen wir das dann müssen wir uns was einfallen lassen ich würde jetzt eigentlich so eine frage stellen sie eigentlich jeder jeder elternteil stellen würde aber das geht bisschen schlecht wie war die schule heute ja gut ne es ist welcher tag ist heute samstag achso ja ich bin bisschen lost lost ja wir haben es heute samstag aber wie war denn wir können fragen wie wie war denn die schule bei euch in der woche bevor ihr fragt natürlich gehen wir beide noch nicht schule und das noch zusammen in einer klasse zusammen in einer klasse ja genau deswegen kenne ich mich auch ich bin froh ihn kennengelernt zu haben keine ahnung hier war bei uns die schule eigentlich so wie immer ja eigentlich so wie immer achtung die es kommt zu kies das war jetzt sehr schlau von denen nein hat mich er kommt glaube ich ja die kommen die kommen die kommen die kommen okay was hat denn das jetzt gebracht nein kann sich bei dir auch manchmal die leute ich mein noch weg ja hat und feuerbar nein einer ist runter oh mein gott das hat mir gerade übelst gar im bus geben ich gehe das bett reparieren weil dann machen wir geschwindigkeit oh mein gott also die ganze schicht ist frei nur das bett die hätten nur noch das bett abbauen müssen alter wie das jetzt an weiß greift jetzt an weiß greift jetzt an du musst schnell einbauen bei uns das ist kurz eingebaut ein feuerball dann ist es wieder weiß 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 möchte angreifen hell okay ich habe es repariert weiß kommt weiß kommt aua äh äh ich müsste erstmal mein schmerz zücken ach ja tja eine massive schicht an wolle kann auch ausreichen ich bin tot ich habe ein halbes herz ja moin hast du ihn ja ich habe ihn alter auffassen vielleicht ist einer unsichtbar äh hast du ansonsten noch so diese themen die man so ansprechen kann äh ich sag grad gar nicht ich würde ja gerne in der infobox umfragen machen aber warum auch immer hat youtube die ausgeschalten und das ist jetzt auch schon von einer sehr langen zeit was ich ein bisschen blöd finde ich hatte letztes mal eine theorie dazu warum die das gemacht haben aber das habe ich vergessen sagt ihr mal was ist euer lieblingsfach jetzt unabhängig von den lehrern also ich muss sagen von den lieblingsfächern bin ich auch eigentlich eher neutral die kommen die kommen aber ein lieblingsfach hast du nicht oder was ne lieblingsfach so direkt habe ich nicht äh und ein hassfach ein hassfach ja also nichts gegen die lehrer oder so aber ich mag kunst nicht kunst mag ich überhaupt nicht ja so ich höre ich höre mal hier ein paar upgrades was kann man denn holen ich habe 15 dias verstärkte rüstung ähm healpool eisenschmiede und dann nochmal verstärkte rüstung so danke ähm haben wir auch noch nicht mal einen vorteil ne so hassfach keine ahnung gibt es gibt es da noch was was ich also soll ich mal meine lieblingsfächer ja ich wollte ich wollte dich das gerade fragen haben wir noch dias ne ich hab alle ausgegeben das hat nichts mit fach zu tun aber ähm meine lieblingsfächer sind ja mathe sport äh das muss ich grad überlegen es lebt ja nur noch weiß ach lol jaja mathe sport was war das jetzt mathe kannst du mich ich muss mich kurz konzentrieren mhm glaub ich hab's jetzt keine anderen lieblingsfächer ja ansonsten bist du so eher neutral und was sind deine hassfächer englisch hahaha stimmt da war ja was ja du hast ein gewisses problem mit englisch ok aber ich muss sagen biologie was machst du biologie chemie äh geografie geschichte das sind so fächer die ich interessant finde mhm und somit je nach thema finde ich auch sind das auch manchmal so meine lieblingsfächer ja meine hassfächer sind ist einfach nur englisch damit kann ich nicht anfangen geografie mag ich auch eigentlich fächer die ich auch gar nicht so richtig leiden kann also sind jetzt nicht meine hassfächer aber fächer die ich nicht leiden kann ist halt jetzt mal kunst musik ok äh musik na gut geht aber kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen aber kunst auch schon wieder ähm physik finde ich auch sehr interessant ja physik finde ich auch interessant stimmt physik gab es ja auch noch ja physik finde ich auch äh relativ interessant bin ich auch gar nicht so schön ich finde auch gerade das thema was wir in mathe haben das finde ich auch nicht äh so schlecht weil wenn du es verstanden hast dann ja gut ist mathe generell auch nicht schlecht ja gut muss es halt bloß verstehen das ist halt äh oftmals das ist das problem ja ist das problem ja nicht jeder ähm hm ah ah aua zum glück habe ich explosionsschutz glas aber so chemie finde ich auch ja jetzt schon wieder interessant das hat ja auch irgendwie teilweise was mit physik zu tun ne das sind naturwissenschaften oder ist physik eine naturwissenschaft ich weiß es nicht doch eigentlich schon fröhle oh oh 보여드�igung wasteig debtor scheiße nein 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 non nein 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 sind beide zu ich hab ich haben wir abwechseln hat es uns beide nein 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 nichts nein nein der hat opa rekattieren ich habe noch was Possibly also ich bin weg wissen was du jetzt noch so vor hast aber ich bin weg zum nachbarn versteckt mich was du echt das ist ja dein mikrofon ich komme ja die sind da die dürfen halt nicht alle die base gehen dann sehen ich mich halt sofort weil diese base ist so scheiße zum verstecken geht bitte sagt er geht bitte gehen die sind alles weg er konnte dir ja er geht zu dir ich erschüsse junge übertreib mal mit einer mensch um die jetzt beide zu mir ja ich habe acht kills ein feiner kill und bett broken oh nein bist du tot viel spaß die lägen wollte ich nur mal so anmerken also zumindest bei mir hat toni lägen ich mache strategische flucht wo bist du ja und es gelingt ja ich kann auch tiefer ja ich kann auch tiefer ich kann noch tiefer was ja oh mein gott es geht noch tiefer was bist du halt ein sieg oder was ja achtung die kommen beide sind bei dir einer baut sich hoch oh nein der darf der darf jetzt nicht mehr runter jetzt glaubst du die können mich hier sehen ja also ich habe so einen komischen bug ne der sieht dich wirklich nicht doch der kommt zu dir der kommt zu dir der kommt zu dir wie sie versteck dich versteck dich der ist bei dir der ist bei dir der ist bei dir bin ich ok die wissen wo du bist echt ja aber die frage ist wie kommen die hier hin so vielleicht da bist hätte ich vielleicht da hin bauen einer baut sich nämlich schon da hin aber ich kann die ganz leid oh die haben mich wirklich gesehen ich glaube du hast ein problem ja was kommt her warte warte ja 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 der hat einen Bogen der hat einen Bogen klappt das aua du musst zubauen du musst zubauen hä der ist runter gefallen ja der ist gegen einen Block gesprungen nice der ist gegen einen Block gesprungen gg alter was ist das mjusy du solltest dich vielleicht neu verstecken na ich nee geht nicht doch du musst dich ich kann nicht irgendwie so anders am Rand bauen irgendwie anders am Rand so bisher kommen die noch nicht ich kann aber hier so übelst dick zubauen nee du musst das nicht umpositionieren achtung die sind in der Mitte in der Mitte ja sag wenn ich mich wieder verstecken muss dann gehe ich wieder in einen Algen ja du musst dich hier schon verstecken die kommt zu dir oh mein Gott ich sollte vielleicht den Weg erbauen vielleicht solltest du dich mal anders verstecken hab ich doch du hast dich jetzt anders ja ich weiß es nicht ich beobachte die gerade wir sind jetzt auf dem Weg also von dem Weg wo die was sie gebaut haben was wie ein Unfall aussieht und die sind auf unserer Insel jetzt so oh fuck ich hab mich total schlecht versteckt aber wenn die nicht schlau genug sind und mich sehen dann ich bin nur auf einem Block aber wenn die nicht schlau genug sind und mich sehen ich was ist das die haben mich geholt sind die beide runter die haben sich beide runter geschossen was mit dem Feuerball aber das Ding ist halt ich muss mich eigentlich hier verstecken es geht nicht mehr anders dich wie 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 du musst dich machen die töten sich gleichzeitig die haben Feuerball geworfen und haben sich somit runter geschossen einfach dich das ist doch nicht ah nee komm ah klar perfekt hab ich gleich ein Summnel ich kann so ein bisschen um die Ecke lunschen rein theoretisch meinst du ich könnte noch eins weiter runter weiß ich nicht aber ich habe keinen Block wo ich das platzieren kann drunter sind die da warte auf unserer diamantquelle ist zumindest einer ich weiß nicht wo der andere gerade ist oh was al bettzerstörung oha wenn die jetzt beide nochmal runterfallen dann habe ich sogar gewonnen man oh nein hab ernst liegt fuck ja der bei der eine ist aus der welt gefallen oh god wie und ist bettzerstörung was als ob es jetzt schon der ist gestorben hä der ist gestorben ja ich weiß der ist gestorben und es ist schon bettzerstörung gewesen das heißt es ist jetzt nur alter wenn ich das hier jetzt noch gewinne ey dann digga nee dann wo ist denn der äh in der mitte in der mitte okay ich musste leben ich meine siegestanz und ist er da der ist ja noch nicht also der ist genau vor unserer base bei der einmalweltquelle und sucht dich glaube ich oder kann auch was da gemacht ja von hier kann er glaube ich mich nicht sehen weil ich wirklich bloß auf einem block stehe der kann höchstens sein teammate ist aber bei dir also als geist ach fuck aber ich weiß nicht ob die reden können das es kann sein dass es wirklich random ist äh das das ist wirklich random zwei random spieler sind und dass sie weil ich glaube der ist nämlich wirklich planlos ich weiß es nicht schöne ferien sind erst ferien in vier wochen oder checkt er es ach komm was er hat was okay die reden wohl zusammen ja ich weiß aber jetzt ohne was er macht nicht das darfst du nicht der kommt runter der kommt gleich runter wie sie nicht was was nicht na dich hier hochbauen ich hab mich aber schon hochgebaut das sehe ich dass er dich schon hochgebaut hat boah wir haben hier so eine flagge also hier neben dir rechts da ist er da konnten wir uns eigentlich verstecken der hat den T der hat sich den T geholt ich hab's überlebt und jetzt kommt noch Feuerball doch nicht aber er hat einen Feuerball ne der braucht sich zur Seite der braucht sich zur Seite von wo ah ich hab's immer noch überlebt das macht natürlich keinen Sinn das Ding ist halt ich bin hier irgendwie gefundenes fressen der hat wieder TNT macht der ich weiß das nicht hä hä das war ja komplett daneben äh unter dir der Weg ist kaputt achso fuck unter dir der also heißt wenn der Block unter dir kaputt ist dann bist du am Arsch der hat wieder TNT hä achso fuck Achtung wenn ich hier stehen bleibe dann sollte mir nix passieren oder? ne 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 ich schon weil unter dir sind ja auch noch Blöcke hm hast du noch Blöcke? ich hab noch 3 2 oh Gott ne da kommt jetzt auch so ist verarscht vorne ich hab mal den Block da abbauen weil der kann da TNT drauf platzieren und das macht er auch meinst du das ist ne schlaue Idee mich jetzt hochzubauen? ne oder? wahrscheinlich nicht ne nicht Achtung Achtung der ist über dir? achm der wird mit Block platzieren was macht der? oder sie oder was auch immer Achtung er hat Feuerball ich muss sagen dass der Marsch wir sind aber sonst am Arsch nein noch nicht TNT oh Digger jetzt bin ich erschrocken ach ich hab keine Blöcke mehr hast du Feuerball? ne ich hab gar nichts ich hab nur mein Schwert und 6 Eisen du kommst gar nicht mehr zurück das ist die Sache ach Digger ich würd lachen der würde aus Versehen end sneaken und runterfallen aber ne das macht er nicht äh nein 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 ach komm Hade ach man GG das wär so schön gewesen also ich will ja mal nichts so sagen wir saßen jetzt hier nicht 10 Minuten dran um einen Spieler zu killen ja ey aber ich hab das schon noch gut gerissen am Ende das kannst du nix sagen mir ist aufgefallen beim Bad Wars du hast diesen lustigen Moment nicht reingeschnitten wo ich runtergefallen bin doch nein doch ganz am Anfang genau hast du rausgeschnitten nein du hast das war der Anfang ja aber nicht dort wo ich dann runtergefallen bin wo du runtergelaufen bist einen hab ich dort wo du runtergelaufen bist das musst du dir mal angucken einfach hä hätte ich gedacht ich hab's mit rein nein das war wirklich da nicht drin guck ich jetzt du guckst hier gar nichts erstmal doch guck das jetzt wir kämpfen hier und du guckst jetzt erstmal in Ruhe auf YouTube wie sieht die Foxy ist das warte ich hab grad mein Smartphone vor mir liegen mein Handy apropos was habt ihr denn so für Handy für Handys schreibt es in die Kommentare auch mal interessant zu wissen was macht der dauert sich hoch ein Windows Handy habe ich ein Windows Handy Windows 11 Handy ach du Heimatland es gibt tatsächlich Windows Handys aber was ja gibt's wirklich lol es gibt auch Windows für Handy als Betriebssystem ähm also sowas wie Android gibt's eben halt dann auch was verkämt der sich jetzt da oben mhm 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 Der ist am Fallschaden gestorben. Ich habe gar nichts gemacht. Nee, warte mal. Das ist jetzt schon die nächste Ohne. Hä? Ja, du hast das wirklich nicht... Was? Als ob ich das... Nee, warte. Das ist wirklich nicht drin. Ich habe es mir mehrmals angeguckt. Was? Als ob ich das nicht reingenommen habe. Was bin ich denn für ein Idiot? Ich gucke nochmal... Nee, ich glaube, ich habe das nicht mehr. Ich lösche ja immer regelmäßig meine Videos danach. Ich glaube, ich habe das nicht mehr. Sonst hätte ich das jetzt gerne nochmal reingeschnitten. Weil das war so... Er ist halt so komplett hinterhergelaufen. Komplett dämlich. Ach, was krank dir? Ich erkläre es mal. Wir wurden angegriffen. Miese ist gestorben. Ich war nur noch am Leben. So, ein Gegner kam. Ich habe ihn runtergeworfen. Also runtergeschlagen. Wollte nach ihm gucken. Problem war, ich... ...habe die Sneak-Taste verfehlt. Und bin somit runtergelaufen einfach. Das sah komplett komisch aus, Alter. Das war richtig witzig. Ja. Hä, aber... Ja, gut, dann habe ich wahrscheinlich das wieder aus Versehen mit irgendwie rausgeschnitten. Das passiert mir manchmal. Ach, das ärgert mich jetzt. Das ist kacke. Weil das war ein lustiger Moment. Den hätte ich gerne drinnen lassen. Und die Sache ist, ich habe ihm mehrmals gesagt, er soll diesen Moment drinnen lassen. Guck mal, ich war sogar am Schneiden und du warst mit mir noch im Discord-Call und hast den Stream geguckt. Und sagst du mir noch, das musst du drinnen lassen. Was macht... Hä, aber wie kann denn das rauskommen? Das verstehe ich halt nicht. Okay. Das ist aus Versehen gelöscht oder so. Ja, muss ja irgendwie so gewesen sein. Einer hat sich teleportiert. Wo? Ich habe Teleport-Sound gehört. Okay. Ich... Äh, das war wahrscheinlich der Blaue. Blau? Hat er sich teleportiert? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also, irgendjemand hat sich teleportiert. Wer lebt denn jetzt alles noch? Ach, Blau hat kein Bett mehr. Aber Grau. Achso. Aber Grau. Wie geschützt ist unser Bett überhaupt? Ey, bleib mal beim... Äh, eine Wolle, eine... Holz und eine Wolle. Äh, da kommt Blau zum Bett, deswegen... Geh mal beim Bett. Ich hole den anderen Blauen eine Weile. Bloß kann jetzt nicht warten, bis der... Bis der mal kommt. Äh, Blau ist bei uns. Ja, das habe ich doch gerade eben gesagt. Hörst du mir denn nicht zu? Ja. Aber der hat Jampus. Ich kann da nichts machen. Oh, oh, nein. Nein, nein, nein. Ach, komm. Hört sich hin, teleportiert. Achtung. Jetzt muss ich noch irgendwie den anderen Blauen. Und ich bin tot. Oder auch nicht. Oder... Na doch. Oh. So, Leute. Ich würde sagen, das wäre es für die Folge gewesen. Äh, haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt einen Kommentar. Und schreibt vor allem in die Kommentare, was ich euch gefragt habe, Lul. Ähm. Bis zur nächsten Folge. Ja. Haut rein, Leute. Und... Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.